Letzte Woche hatten wir es davon, wie ihr mehr Energie in eure Vocals reinbekommt. Heute knüpfen wir an dieses Thema an und zwar geht es um Vocal Layering. Salih und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube Channel. Heute, wie gesagt, geht es ganz um das Thema Vocals, Vocals und Layering. Ich werde an einem neuen Projekt, was ich gerade am Produzieren bin, werde ich euch ein bisschen zeigen, wie man am besten die Vocals layert, auf was es da drauf ankommt. Gucken wir es uns gerade mal an. Ich habe hier meinen neuen Song, der ist noch nicht released, aber bald schon released. Ist ein sehr geiler Track und da habe ich mir ein paar Vocals eingekauft und anhand derer kann ich es eigentlich ziemlich gut zeigen, weil ihr seht schon, das Blaue hier sind alles die Vocals und da ist ziemlich, ziemlich viel vorhanden. Und ich werde jetzt mal darauf eingehen, was sind denn so die wichtigen Layer, die man haben sollte. Klar habt ihr da zuallererst mal die Main Vocals, also die Lead Vocals, die sind meistens auch in der Mitte gepennt, weil ihr die wirklich auch präsent und upfront haben wollt. Also die wollt ihr wirklich im Mono-Bereich, dass sie dem Zuschauer ins Auge springen und wirklich Mono sind. Die klingen aber nicht immer so satt und sauber und fett und mit viel Energie. Davon hatten wir es ja das letzte Mal. Ich zeige euch mal einen kurzen Ausschnitt, damit ihr hört, wie der Song klingt. Erstmal komplett fertig und später gehen wir dann ins Detail. Das war jetzt komplett mit allen Effekten und wirklich auch allen Layer-Spuren. Jetzt nehme ich mal hier die Layer-Spuren und mache die komplett weg. Ihr hört einen deutlichen Unterschied. Also das klingt gut, sie singt es wirklich sehr schön, aber man hört es, es fehlt so das gewisse Etwas. In manchen Songs will man den Sound genauso haben, aber gerade in elektronischer Musik macht es Sinn, wenn man da noch ein paar Layer mehr hat. Und zwar haben wir da in erster Linie hier unten diese vier Layer. Das ist quasi das Gedoppelte, also die Doppelung. Das heißt, ich habe quasi die Sängerin die Vocals doppelt einsingen lassen oder in dem Fall viermal, sodass ich jeweils zwei Spuren nach rechts pennen kann und zwei Spuren nach links pennen kann. Und das Ganze unterstützt den Gesang wirklich sehr, weil wenn ihr jetzt mal die Vocals alleine anhört, dann hört ihr das schon ziemlich, was für einen Unterschied das macht. Und wenn ich jetzt nur allein diese vier Layer dazu mache, dann hört ihr das schon. Da kommt ziemlich viel Energie, weil ihr habt eben diese doppelten Layer, die einmal nach rechts und einmal nach links gepennt sind. Da ist auch gar nicht so viel drauf. Also ich habe hier einen Gain Aim drauf, der so ein bisschen wie ein Vocal Rider funktioniert und dann hier eine Pitch Correction, einfach damit so ein bisschen das Ganze korrigiert wird. Aber da muss echt nicht viel gemacht werden, weil sie trifft die Töne richtig gut. Das ist quasi der erste Layer, den ich verwendet habe, einfach um rechts und links eine doppelte Spur zu haben, um einfach das Ganze auch ein bisschen weiter zu bekommen mit den Background Vocals. Da habe ich auch jeweils zwei rechts und zwei links, weil das einfach nochmal mehr Energie reinbringt. Also das habe ich ja auch im letzten Video gesagt, dass man mit einer doppelten Aufnahme eine doppelte Spur wirklich auch mehr Energie reinbringen kann. Deshalb hier zwei nach rechts und zwei nach links gepennt. Ich hätte jetzt noch bei den Lead Vocals auch eine doppelte Spur machen können in der Mitte, aber das habe ich so gelöst, indem ich hier die Saturation Spur mit dabei habe, hier als Sand Track, wo auch nochmal ein bisschen mehr Grip reinkommt in den Gesang. Und wenn ich jetzt mal mit den Instrumenten im Hintergrund das Ganze laufen lasse, dann hört sich das schon richtig gut an. Man hört eine deutliche Steigerung, also es ist wirklich sehr, sehr viel Energie, die einfach dazukommt. Die Vocals klingen viel, viel fetter. Kommen wir zum nächsten Punkt, den man auf jeden Fall machen sollte. Zwei Layer, die ich jetzt hier im späteren Verlauf noch mit drinnen habe. Und zwar sind das gepitcht. Sie hat hier nämlich die Sängerin ein bisschen tiefer gesungen. Das hört sich dann so an. Und wenn man das nochmal drunter mischt, dann ist da nochmal ein ordentlicher Boost an Energie. Also es klingt einfach wirklich nochmal fetter. Und mit allem zusammen klingt das Ganze dann so. Also da kommt nochmal ordentlich was dazu. Alternativ zu den Lower Voices hätte ich auch höhere nehmen können. Also das ist auch gerne verwendet, dass man eine höher gepitchte, also eine Oktave höher nimmt. Das war in meinem Fall aber dann doch ein bisschen zu hoch. Oder besser gesagt, es wäre zu hoch gewesen. Deshalb habe ich mich dagegen entschieden und gesagt, nee, es reicht ein bisschen tiefer zu gehen. Die letzte Möglichkeit oder das letzte Layering, was man noch nehmen kann, ist eine Harmonie. Und da wird tendenziell immer eine Terz oder eine Quinte verwendet, weil das einfach sehr, sehr harmonisch klingt, so dass man quasi die Vocals nochmal aufnimmt. Nur die Sängerin oder der Sänger singt sie dann halt eine Terz weiter oben oder eine Quinte weiter oben, damit man einfach die Harmonie bekommt. Das habe ich nämlich im hinteren Teil. Da habe ich nämlich Harmonien mit drin. Wie ihr hier seht, hier habe ich auf jeden Fall sechs Harmoniespuren. Das Ganze würde dann so klingen. Ich penne es jetzt mal auf die Schnelle. Auf die Schnelle. Dann klingt das Ganze so. Also ihr hört schon, man kann mit Layering ziemlich, ziemlich viel machen. Und so klingt es einfach viel, viel weiter, viel, viel offener, wenn man dann noch die Harmonien mit dazu nimmt und wirklich schaut, dass man das richtig gut aufteilt. Natürlich ist das Penning auch sehr wichtig. Ihr seht schon, die ganzen Background Vocals habe ich eigentlich so gut wie alle nach rechts und nach links gepennt. Also ich hätte jetzt zum Beispiel ausprobieren können, bei den vier Harmonien hier unten beziehungsweise bei den vier Doppelspuren da unten hätte ich vielleicht die eine nur halb pennen können und die hier vielleicht nur halb pennen, sodass ich die nochmal ein bisschen näher ranziehe, sodass es so ein bisschen mehr wie ein Chor klingt, in Anführungszeichen. Ich zeige euch mal, wie das klingen würde. Also ein bisschen den Unterschied hört man. Und so könnt ihr das auch weitermachen, wenn ihr weitere doppelte Spuren habt und einen sogenannten Gang Vocal Effekt, wie man ihn im Englischen immer so schön nennt, einsetzen wollt. Dann könnt ihr hier weitere Spuren machen, natürlich immer zwei an der Zahl, weil einer ist ja rechts und einer ist links. Und dann könnt ihr hier halb rechts, halb links in den verschiedenen Positionen ein paar Pannings machen und so einen wirklich sehr weiten Vocal Effekt dadurch kreieren. Was ich immer mache, ist, dass ich selber in mein Mikrofon die Vocals einsinge, auch wenn ich jetzt nicht sonderlich gut singe, aber einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie klingt es denn, wenn ich jetzt vier Layer habe, wenn ich fünf Layer habe, wenn ich sieben Layer habe, wie viele klingen denn gut und ab wann wird es zu viel für den Track. Und so ist es bei dem jetzt der Fall, dass ich sage, hey, das reicht vollkommen aus, ich habe mega gut, komme ich zurecht mit den Layern. Und bei anderen Songs habe ich es auch schon gehabt, dass ich ein, zwei, drei Layer mehr gebraucht habe, weil ich gesagt habe, es fehlt noch ein bisschen die Energie, vielleicht brauche ich nochmal zwei Layer, die ich dann doch ein bisschen rechts und links penne. das muss man immer abhängig machen von seinem Projekt. Also schaut ihr, dass ihr bei eurem Projekt, wenn ihr das nächste Mal mit Vocals arbeitet, wirklich guckt, wie viele Layer brauche ich denn und welche brauche ich denn nicht. Aber diese Layer, die ich euch jetzt gezeigt habe, gerade die doppelten Layer und die Harmonien, sind immer sehr, sehr nützlich, wenn man Energie in seine Vocals reinbringen will, also wenn man wirklich den Klang nochmal verbessern will. Und natürlich die Lower Voices beziehungsweise die Higher Voices sind auch sehr, sehr nützlich. Was ihr natürlich zusätzlich noch einbauen könnt, das ist eigentlich immer eine gute Idee, sind Adlips. Adlips sind ganz typisch bei sehr professionellen Songs, dass der Sänger halt einfach so diese Uhs und Ahs und Zwischenelemente einsinkt. Und wenn halt gerade Pausen sind bei den Verses, so eine kleine Gesangspause, wo halt gerade keine Vocals sind, dann kann man da auch so was einbauen, dass man so ein U oder A oder sowas in die Richtung einbaut. Das ist eigentlich immer sehr gut, weil man da dann Effekte drauf klatschen kann, so ein Reverb und ein bisschen Delay und das einfach im Hintergrund legen kann. Und dann nochmal wirklich ein bisschen eine Atmosphäre schafft mit den Adlips, die dann einfach dem ganzen Track nochmal ein bisschen mehr Vibe verleiht. So nenne ich es jetzt mal. Das waren meine Tipps, wie ihr eure Vocals layern könnt, wie ihr sie layern solltet, um richtig fette Sounds zu haben, um wirklich einen richtig knackigen Vocalsound zu haben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was denn euer Maximum war an Vocal Tracks in euren Songs. Also bei mir waren es glaube ich so um die 18, mein Maximum. Ich habe noch gar nicht so fette Produktionen gehabt, aber es gibt teilweise auch Tracks, gerade wenn ihr Künstler wie Charlie Puth anschaut, wo dann halt gut und gerne mal 30, 40 Vocal Tracks sind. Das ist dann gang und gäbe. Bin ich gespannt auf eure Kommentare, was ihr so zu dem Thema zu erzählen habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video nächste Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich mega freuen. Und ein Abo ist natürlich immer schön, weil dann verpasst ihr nicht, wann das nächste Video von mir rauskommt. Jeden Sonntag um 5 kommt ein Video von mir raus. Also, dann bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.